...automatisch. Vorsicht bei Abfahrt des Fluges. Sicherheitshinweis lassen Sie Ihr Begriff nicht unbeaufsichtigt. Information zu LB636 vom Erzberg. Allerhund ab 10.51 und in 10.10 Minuten später. Information zu ICE 2916 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 18.59 Uhr. Heute ca. 35 Minuten später. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Wir bitten um Entschuldigung. Heute 1. Klasse in Abschnitt B. Information zu ICE 2916 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 18.59 Uhr. Heute ca. 110 Minuten später. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Wir bitten um Entschuldigung. Achtung am Gleis 6. Ein Zug fährt durch. Ich wiederhole. Achtung am Gleis 6. Ein Zug fährt durch. Information zu ICE 2916 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 18.59 Uhr. Heute ca. 35 Minuten später. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Wir bitten um Entschuldigung. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Wir bitten um Entschuldigung. Heute 1. Klasse in Abschnitt B. Information zu ICE 2916 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 18.59 Uhr. Heute ca. 110 Minuten später. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Wir bitten um Entschuldigung. www.teleis.de.de.de. Abfahrt 18.itti 1616 Glenn16 Gleis 7. Die Information zu ICE 596, heute mit zwei Ersatz-ICE-Zügel nach Berlin-Ostbahnhof. Erster Ersatz Zug 2916 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Spandau, Abfahrt 18.59 Uhr mit ca. 35 Minuten Verspätung. Dieser Zug verkehrt mit dem Wagen 21 bis 28. Ersatz ECE 2912 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Spandau, Abfahrt 18.59 Uhr. Heute ca. 115 Minuten später. Dieser Zug verkehrt mit dem Wagen 1 bis 14. Achtung am Gleis 6, ein Zug fährt durch. Ich wiederhole, Achtung am Gleis 6, ein Zug fährt durch. Hinweis, das Wagen in den Wagen ist nur in den per Kennzeichen im Raubereich gestattet. Achtung am Gleis 6, ein ausge الكre been. Zu Gleis 7日 November, 2017. Vielen Dank.